Bist du eigentlich schon ein Wikisahner? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Immer wieder werden wir mit der Manifestation von Materie konfrontiert, wo es heißt, stell dir einfach vor, was du dir wünschst in deinem Leben und es wird eintreten. Doch ist es wirklich in unserem Sinn? Wer wünscht sich das denn eigentlich? Ist es vielleicht ein Aspekt in uns, der vielleicht auch noch in einem Mangel ist? Und wer weiß, wenn dann diese Wünsche in Erfüllung gehen, ob es dann wirklich uns glücklich macht oder ob vielleicht auch ein Gegenpol entsteht? Und darüber spreche ich heute mit meinem Gast Stefan Mayer. Freuen Sie sich drauf. Bis gleich. Hallo Stefan, schön, dass du wieder da bist. Hallo Corinna. Und auch ein unglaublich spannendes Thema, weil wir ja jetzt gerade auch immer wieder mit dem Thema, mach dir deine Welt so, wie du möchtest. Du bist der Schöpfer. Erinnere dich an deine Zukunft. Also geh wirklich rein in das Leben, was du leben möchtest. Fühl es und dann wird es sich ereignen. Schwierig, oder? Es ist ein komplexes Thema. Wir haben ja eben schon ein ganz kleines bisschen gesprochen, um da so ein bisschen warm zu werden dafür auch. Auf der einen Seite ja, haben wir diese Möglichkeiten, diese Schöpferfähigkeiten und auf der anderen Seite missbrauchen wir sie einfach. Wir missbrauchen sie und bemerken es nicht, weil keiner von uns so bewusst ist, mitzubekommen, wenn ich etwas erschaffe, was für Auswirkungen hat das. Weil ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich bin hier nur alleine, mein Ich-Bewusstsein und ich erschaffe mir jetzt hier einfach mal ein Schloss. Wenn ich das machen würde, dann brauche ich dafür viel Platz. Den Platz können andere nicht benutzen. Und es braucht Materialien, es braucht quasi Ressourcen, mal einfach so zu sagen. Und wenn ich nicht ganz in Verbindung bin oder teilweise sogar gar nicht, dann fühle ich nicht, dass das Auswirkungen auf andere Menschen hat. Sondern dann sehe ich nur, ah, das manifestiert sich jetzt für mich. Wir hatten es ja eben im Gespräch, dass wohl schon sowohl bei uns als auch bei anderen Menschen, wenn diese Erschaffungen schon geklappt haben auch. Und manchmal sogar erschreckenderweise auch gut. Ja, ja. Und ich habe für mich jetzt erfahren, dass diese Ganzheit von dem, was wir da erschaffen, nicht überblickt wird. Und das bedeutet, wenn ich etwas erschaffe, dann ist das grundsätzlich auch in Ordnung. Also wenn ich meine mentalen Fähigkeiten dafür nutze, gleichzeitig wird es aber auf eine Art und Weise auch wieder zu mir zurückkehren. Und hier wollen wir, glaube ich, so ein bisschen drüber sprechen, eine Sensibilität dafür zu generieren, dass es auf keinen Fall sein soll, dass ein Mensch auf die Idee kommt, ich kann mir jetzt alles erschaffen. Also auf dieser reinen Mentalebene zu bleiben, zu überlegen, was möchte ich, was brauche ich, was fehlt mir. Sondern bevor wir bewusst etwas erschaffen, wirklich damit in Verbindung zu gehen, zu fühlen, ist das dran für mich. Was ist das überhaupt? Kompensiert hier jemand also wieder einen Anteil? Das Thema hatten wir ja oft, dass irgendetwas fehlt. Jetzt versuche ich es zu bekommen und jetzt habe ich es mir nicht erarbeitet, sondern habe die neue Möglichkeit herausgefunden. Ich kann es mir erschaffen. Und da ist jetzt erstmal nichts Negatives dabei, aber das Bild muss größer gemacht werden. Das heißt, diese mentale Fähigkeit muss eingebunden werden ins Gefühl, ins Wahrnehmen. Das wäre ja eigentlich das klassische Beispiel mit Menschen, die im Lotto gewinnen, deren System für diese Geldmenge gar nicht ausgerichtet ist und man innerhalb kürzester Zeit das Geld wieder verliert und wieder verschuldet ist. Also weißt du, so dieses, dass ich erst mit dem Gefühl gehen muss, ob ich überhaupt bereit bin, diese Fülle zu leben, ob das jetzt ein Lottogewinn ist und was es in meinem Leben überhaupt für einen Vorteil hätte. Für einen Vorteil und vor allem auch für einen Nachteil. Also wirklich beide Seiten zu betrachten. Ich spreche ja oft davon, dass wir so ein Mittelmaß, eine Summe sind aus einmal der hellen Seite, die wir leben, sowas Lichtvolles und positive Energie und auch die andere Seite, die Schattenseite, die dunkle Seite. Und da ist mehr als die meisten wissen. Nur weil man jetzt vermeintlich ein netter Mensch ist, heißt das nicht, dass man keine Schattenseite hat. Jeder hat diese Schattenseite und das geht oftmals noch ein bisschen weiter, als man denkt, dass da vielleicht mal ein trauriges oder ein bisschen zorniges inneres Kind sitzt. Da sind auch teilweise Energien aktiv, die man als Fremdenergien benennen könnte, die auch ein Energiepotenzial haben. Und wenn ich jetzt anfange zu erschaffen, dann kommt das nicht nur aus der lichtvollen Seite. Dann kommt das regelmäßig, gerade wenn ich materielle Sachen erschaffe, auch aus der anderen Seite. Es gibt Menschen, die sehr erfolgreich sind, geschäftlich, im Business, mit Geld und so weiter. Und wenn mir solche Menschen tatsächlich in den Kursen begegnen, also da, wo ich auch mal Zeit habe, wo ich auch eine Erlaubnis habe, gewisse Sachen zu sehen und mal hinzuschauen, also ich gucke mir jetzt durchdringe nicht einfach irgendwelche Menschen, das mache ich nicht, dann sehe ich oft, dass da eine Schattenenergie auch am Werk ist, die sie materiell so erfolgreich macht. Denn materielle Materialismus ist, muss man vorsichtig betrachten. Man darf schon Fülle haben in der Materie auch, wenn man sich selber befreit hat davon, wenn man nicht mehr anhaftet. Aber wenn ich jetzt anfange, mir Häuser zu erschaffen, mir Geld zu erschaffen durch meine mentalen Fähigkeiten, ist es wirklich wichtig zu schauen, gibt es da nicht einen aus der dunklen Seite, der hier mitwirkt. Wie würdest du das denn machen? Ich meine, der Wunsch, dass man vielleicht für seine Familie ein Haus baut oder vielleicht auch ein paar Rahmenbedingungen oder ein Auto möchte, wo einfach alle drin Platz haben, wo der Buggy reinpasst, solche Geschichten. Wie würdest du vorgehen? Würdest du das überhaupt manifestieren? Oder sitzt man dann da und sagt, wäre schön, wenn ich ein Auto hätte und ich warte mal, ob es auf mich zukommt? Oder weil irgendwo so eine Vorstellung, es gibt ja auch immer dieses Schau, dass du dir die Eckdaten zumindest mal visualisierst. Dass es nachher nicht falsch geliefert wird vom Universum. Das kennen wir ja mit den ganzen The Secret und Co. Also zuerst würde ich das machen, was wir jetzt besprochen haben. Ich würde mir selber mal klar machen, dass ich nicht einfach mir alles materialisiere, was irgendjemand aus mir suggeriert. Sondern ich wäre achtsam dafür. Wenn das die Grundlage dafür ist. Ich bin achtsam, ich möchte verbunden bleiben und das, was ich materialisiere, soll auch in Verbindung mit mir und auch mit der Erde sein und auch mit den anderen. Wenn das eine echte innere Ausrichtung ist, dann ist schon mal der Großteil erledigt, finde ich. So, und wenn ich jetzt meine, es kommt so ein Impuls, das und das möchte ich. Nehmen wir mal wirklich was Notwendiges. Eine Familie kriegt jetzt ein Kind, die brauchen wirklich ein größeres Auto. Einfach, dass man überhaupt fahren kann und alles reinbekommt. Hund, weiß der Geier was. Das ist jetzt nichts Manipulatives, wo man sagt, das ist jetzt kein Lambo, mit dem ich da irgendwie... Und trotzdem muss ich damit in Verbindung sein. Wenn ich eine Familie bin, die, es gibt leider solche Geschichten, die, obwohl Geld verdient wird, es immer wieder abfließt, immer wieder weg ist, dann gibt es energetische Löcher, dann gibt es teilweise wirklich Schattenenergien, die mir die Energie absaugen. Und dann müsste ich teilweise erst mal dieses Thema lösen. Also es ist ein bisschen komplexer. Es gibt es im Grunde nicht, dass eine Familie Pech hatte, jetzt so nett ist, so liebevoll und dann sich aber nicht mal ein Auto leisten kann und irgendwie gar nicht vorwärtskommt. Es gibt schon Ursachen auch dafür, auch wenn das manchmal so ein bisschen bei ganz netten Menschen schwer anzunehmen ist. Aber es gibt tiefere Ursachen. So, wenn man jetzt aber an dem Punkt ist und sagt, so, ich habe mich klein gefühlt mein Leben lang, meine Eltern haben sich schon klein gefühlt, aber jetzt merke ich, jetzt will ich da eigentlich ausbrechen und es darf das neue Auto sein. Dann setzt man sich einfach hin und sagt, okay, es darf so sein und zwar für den Grund, der dahinter liegt. Und was ist der wahre Grund, dass ich mich, meine Kinder wirklich bewegen kann, dass wir lebendig werden können. Also ich verbinde mich mit dem Grund dahinter und dann klar definiere ich für mich, was braucht es. Ich brauche Platz. Ich möchte, dass das Auto nicht gleich kaputt geht. Ja, ich möchte, dass ich da auch Ruhe und Vertrauen habe in diesem Auto, während ich fahre. Und ich möchte mich lebendiger fühlen und möchte auch für meine Kinder diesen Weg öffnen ins Leben. Und das ist für mich eine absolute Grundlage, Sachen zu erschaffen. Wenn ich aber sage, ja, ich möchte mich verwirklichen, weiß noch nicht wie, ich brauche Geld, will erst mal Geld anhäufen, dann ist das meines Erachtens nicht so eine hoch schwingende Ursache. Und da darf ich mich gerne überprüfen, worum geht es mir denn wirklich? Dass man sich hinsetzt und sagt, was fühle ich, wenn ich Geld habe? Was denke ich, kann ich damit machen? Was kann ich dadurch erwirken? Die meisten Menschen suchen ja ein Lebensgefühl, dass sie einfach fühlen, dass sie leben. Und das sind alles nur Worte, bis man irgendwann mal merkt, wenn das Leben wirklich mit einem selbst in Verbindung kommt, diese Energie, dieses Wohlgefühl, was da ist, was konstant da ist, ohne dass ich irgendwo hin muss. Ich sitze hier, fühle mich wohl, ich steige ins Auto, fühle mich wohl. Und das geht schon. Das geht auch durch viele Sachen, die wir ja schon besprochen haben, durch das Loslassen immer mehr. Dann brauche ich die anderen Sachen nicht. Und wenn ich heute der Meinung bin, ich brauche dieses Haus, das möchte ich. Oder ich brauche diese Wohnung oder ich brauche dieses Geld oder ein schöneres Auto, sich dann wirklich mal zu hinterfragen, wofür. Ich kann es mal sagen, persönlich, ich fahre auch ein Auto, was etwas zügiger fährt. Jetzt nicht hier, aber weil ich bin so viel unterwegs und ich möchte ein sicheres Auto haben. Das ist mir persönlich wirklich wichtig. Und ich fahre auch auf einer deutschen Autobahn auch mal über 180. Und dann möchte ich, dass das gut geht, weil ich halt so viel fahre zu so vielen Menschen und ich stelle mich damit nicht dar, in keinster Weise. Und dann fühlt es sich wahrhaftig an und dann kam das auch. Ich finde, die Herausforderung ist wirklich abzuschätzen, banales Beispiel, ich kenne die beiden Varianten mit diesem, sich das einen Parkplatz wünschen. Jetzt bringe ich ja niemanden um, wenn ich mir den Parkplatz wünsche. Aber es gibt auch Menschen, die schon hier saßen und gesagt haben, naja, du nimmst aber jemand anders den Parkplatz weg. Und das ist ungerecht. Und dann dachte ich mir, hm, ich bestelle mir aber immer den Parkplatz bei mir am Supermarkt. Und der ist halt immer frei. Aber mache ich da jetzt karmamäßig was falsch oder nicht, weißt du? Wenn er nicht frei ist, ist es auch in Ordnung. Da bricht jetzt keine Welt. Aber ich bin super dankbar immer und freue mich riesig, dass dieser Parkplatz für mich immer da bereitsteht. Also ich bin grundsätzlich ein Freund vom Geschehenlassen. Ich habe das für mich entdeckt, dass man nimmt seinen Raum irgendwie eine Zeit lang nicht ein. Dann fängt man an, seine Fähigkeiten wahrzunehmen, was man damit machen kann und nutzt sie. Und irgendwann danach gibt man die Fähigkeiten wieder zurück. Dieses klassische Dein-Wille-Geschehe. Auch wenn das ja sehr begrenzt ist, Dein, da ist ja niemand, den man Du nennen könnte. Also je nachdem, wo man sich gerade befindet, darf man auch das machen, was möglich ist. Und Parkplatz bestelle ich mir selber nicht. Ich komme tatsächlich auch gar nicht auf die Idee. Das ist unglaublich, weil ich es einfach wie geschehen lasse. Da, wo dann was frei ist, fahre ich hin. Aber es ist doch völlig in Ordnung, den zu bestellen, weil es ist permanent so. Wenn ich zum Baum gehe und mir einen Apfel hole, dann kann diesen Apfel kein anderer mehr essen. Aber es ist auch in Ordnung, weil wir sind hier, wir sind viele und die Ressourcen werden verteilt. Also ich finde, es ist völlig in Ordnung. Aber an diesem Beispiel kann man trotzdem sehen, dass eine gewisse Feinheit dort nicht mehr beachtet wird. Und zwar den Fluss des Lebens geschehen zu lassen. Das heißt, ich greife ein. Und einzugreifen ist in Ordnung, ist erlaubt. Wir haben keinen strafenden Gott, der sagt, du darfst nicht eingreifen, ansonsten passiert irgendwas. Gleichzeitig ist Eingreifen aber nicht mehr die feinste Art, sich im Universum zu bewegen, sondern das Mitfließen ist es. Und hier würde ich empfehlen, eine Mischung draus zu machen, was ich vorhin schon gesagt habe, die Fähigkeiten, die ich habe, zu nutzen, immer aber in Verbindung mit mir selbst, mit meinem Gefühl. Und wenn ich sage, ja, ich möchte diesen Parkplatz haben, es ist in Ordnung, weil jeder andere kann ihn sich auch holen und dann entscheidet das Leben oder wer auch immer da eine Instanz noch ist, dann darf man das machen. Also es sollte sich jeder frei fühlen. Ich empfehle wirklich nochmal, mach es so fein wie möglich. Wenn du der Meinung bist, das Geld steht mir zu, ich manifestiere es, mach es. Okay. Wenn du aber merkst, ja, okay, mit dem Herzen habe ich das jetzt nicht gemacht, diese Entscheidung, sondern ich habe es einfach mir erschaffen. Und dann hat es sicherlich irgendeinen kleinen Boomerang-Effekt. Manchmal erschafft man sich auch Sachen, wo man sagt, das möchte ich jetzt. Dann kommt genau die eine Sache und zehn andere fehlen daran. Also ich erschaffe mir diesen Mann, diese Wohnung oder wie auch immer. Und dafür gehen aber andere Sachen wie Flöten, die sind dann weg, was ich manchmal gar nicht bemerke, weil ich erst mal so auch begeistert bin, dass das jetzt da ist. Wenn ich jetzt mir das zwei Versionen von einer Hausmanifestierung überlege. Jetzt habe ich eine liebevolle, spirituelle Familie, die sagt, hey, wir wollen ein schönes Zuhause. Jeder bringt seine Aspekte rein. Nehmen wir mal auch keine Giftstoffe drin und gut in der Herstellung, nachhaltig und, und, und. Und jeder fühlt rein und ist in Liebe und fühlt sich einfach sehr schön an. Und irgendwie musst du dir ja trotzdem, wenn du ein Haus baust, es dir irgendwie vorstellen, wie du es haben möchtest oder auch den Bauplatz, wo du es haben möchtest. Und wenn jetzt jemand anders ein Haus auch sich manifestiert und er hat jetzt aber nicht diesen harmonischen Aspekt, dieses, oh, ich baue das jetzt für meine Kinder, und sondern er sagt, ich habe Bock auf eine geile Aussicht und einen Pool. Weißt du, was ich meine? Das ist aber, hört sich jetzt nicht so spirituell an, eher materiell. Aber dennoch bauen beide ein Haus. Und das fällt mir total schwer, jetzt rauszufinden, ab wann brauche ich eine gewisse Visualisierung, weil ich muss es mir ja kreieren, was ich möchte. Und ich muss ja in Verbindung gehen, sage ich mal, mit dem Holz, was ich verarbeiten will und möchte ja das dann auch haben, weil ich gelesen habe, dass es das und das für Eigenschaften hat. Oder der andere sagt, ich möchte einen Salzwasserpool, weil es einfach cool ist und schön aussieht und Infinity und noch eine Glasfront. Ist schwierig? Eigentlich nicht. Nicht? Okay. Für mein nächstes Haus, dass ich alles richtig brauche. Man erschafft das, was man selber ist. Und wir sind eine Summe von unterschiedlichen Energien. Das heißt, wir erschaffen, am Ende bekommen wir das, was wir auch selber sind. Und wer in sich auch starke Energien hat zum Materiellen, der wird etwas auch Materielles erschaffen können. Das funktioniert dann auch und das ist in Ordnung. Der wird einfach am Ende des Lebens eine gewisse Entwicklungsstufe haben. Entweder hat er sich ein bisschen erweitert, weil er hat sich zwar noch das Materielle erschaffen, gleichzeitig hat er aber auch den Körper ein bisschen gereinigt, hat sich ein bisschen auch immer um seine Gefühle das eine oder andere Mal gekümmert. Also ist er auf eine gewisse Entwicklungsstufe gekommen und von da aus geht er dann seinen Weg weiter. Die Menschen, die konstant ein Leben in Verbindung mit dem Gefühl geführt haben, die sind auf eine andere Entwicklungsstufe gekommen. Deswegen sind sie nicht besser, nicht schlechter, aber sie sind dort in einer etwas höheren Schwingung. Und da es für uns alle darum geht, dass wir uns wohlfühlen wollen und wir wollen uns am besten so lange wie möglich wohlfühlen. Und das funktioniert, indem ich in Verbindung bin mit der Schöpfung. Das heißt nicht, dass ich dann nie wieder Wut fühle, nie wieder Traurigkeit, das kann trotzdem da sein. Und dennoch fühle ich mich wohl, weil ich verbunden bin. Und dieses Verbindensein, das bringt irgendwann das Wohlgefühl, ein konstantes Wohlgefühl. Das bedeutet, Menschen, die mehr in dieser Verbindung sind, werden sich auch wohler fühlen, weil dieser Infinity Pool, da springst du dreimal rein und die Glasfront, die ist auch, nehmen wir mal das Wort, die ist geil, aber trotzdem bist du dann nicht in Verbindung mit der Erde. Du bist dadurch nicht in Verbindung mit dem Universum und hast kein höheres Wohlgefühl, außer das aufzustehen und zu sagen, boah, ist das geil. Könnte dann aber auch der Bumerang sein, dass man dann irgendwann nach einem Jahr sagt, ich bin da gar nicht so glücklich. Richtig. Und weil dann irgendwas fehlt. Da fehlt dann die Frau, da fehlt das Leben, was da einzieht. Also ist quasi die Grundlage, über die wir hier eigentlich sprechen, ist, den Leuten zu sagen, achte drauf, dass du nicht rein aus dem Verstand hier wirklich, sagst mal, rausschießt. Wumm, wumm. Und das Nächste. Und du kannst alles haben, was du willst und jeden Morgen setzt du dich hin, sondern verbinde dich damit, worum geht es wirklich. Denn dadurch beschleunigst du deine Entwicklung. Du musst nicht diese Extrarunde machen. Ich erschaffe mir jetzt hier einen Ferrari. Und bist dann quasi, das ist ein bisschen so, als ob man noch einen Schritt mehr in die Dunkelheit eintritt. Wenn du irgendwann, ich weiß jetzt gar nicht, kann ich gar nicht fühlen, ob es einen Grund gibt, auch so einen lichtvollen Grund, mal Ferrari zu fahren. Vielleicht, weil man es mal erleben möchte. Diese Ingenieurskunst. Wo man sagt, wow, wie beeindruckend ist das, was hier möglich ist. Diese Ressourcen, dass es das geben darf. Und jetzt darf ich einmal demütig dieses Ding fahren. Ist eine andere Sache als, wow, und jetzt ich. Und dann bist du da drin, hast noch so eine super tolle Brille auf. Man kann sich das ersparen. Weil das gibt einen Return, wo ich dann lerne, wo das Leben mir zeigt, mein Lieber, es geht gar nicht darum, dass du da ein schönes Blech hast und dich damit identifizierst, sondern hier, in dir. Und das ist die Aussage, wenn du möchtest, ins Gefühl, geh ins Gefühl, schau, worum geht es wirklich. Wir persönlich bauen ein Haus und haben eine Weile in der Stadtwohnung gelebt und haben dann gemerkt, das passt nicht, das passt energetisch nicht. Und haben dann nicht visualisiert, was wir bauen, sondern uns war einfach klar, haben einfach das Herz geöffnet, es braucht einen Platz für die Familie, einen echten Platz. Und da meine Frau und ich uns auch beide wirklich weiterentwickeln, also wir sind beide bewusste Menschen, so bewusst, wie es halt geht, dann ist etwas gekommen, was sehr natürlich ist und sehr bewusst. Und das wussten wir vorher nicht. Wir wussten vorher nicht, aus welchem Material. Wir wussten überhaupt nicht, wo das herkommt. Wir wussten nicht, wie viele Zimmer. Wir wussten überhaupt nicht, wo das Grundstück ist. Wir sind quasi, also ich bin der Mensch, der sagt hier wieder, lass los, wenn du kannst. Und ja, wir haben, was da sich kreiert hat, wussten wir vor drei Jahren nicht, noch nicht mal, dass es sowas gibt. Und es ist einfach wundervoll. Also schon auch dieses Nicht-Haben-Wollen, dieses buddhistische, habe ich jetzt auch die letzten Tage immer wieder gehört, dieses einfach sich dafür öffnen, was zum höchsten Wohl ist. Aber ich darf dennoch zumindest mal den Rahmen vorgeben. So wie du auch gesagt hast, wir wollen ein natürliches Zuhause. Und dann das Leben geschehen lassen. Und diese Verbindung zum Leben, zum Lebendigen, für uns war klar, wir wollen ja niemandem was wegnehmen. Also das ist unsere absolute Ausrichtung. Und dennoch darf es sein, dass eine Familie, wir sind eine Patchwork-Familie, wir sind nicht nur zu zweit, dass wir auch ein bisschen Platz brauchen. Und natürlich keine Ranch, die sonst wie viele tausend Quadratmeter hat, aber ein Grundstück, wo es einen Garten hat, wo man einmal drum herumlaufen kann. Das ist quasi, da muss man auch selber, darf man aus der Komfortzone manchmal rauskommen. Wir dürfen schon in der Fülle leben. Und die Familie, die das Auto sucht, die darf auch gerne, wenn sie sagt, nee, Dutch ja nicht, eigentlich fühlt sich VW für uns stimmig an, so etwas wirklich Solides, dann darf das auch sein. Auch wenn die sich aktuell noch nicht vorstellen können, wo so eine 30.000, 40.000 Euro herkommen sollen. Also es darf Fülle sein, definitiv, aber in Verbindung mit etwas, was wahr ist. Und nicht, weil ich etwas darstellen muss, weil ich doch jetzt mal hier oder mich damit auch übermäßig identifizieren möchte. Also groß darf es sein, wundervoll darf es sein, aber ich muss nicht zwingend festlegen, was es ist und darf den Raum offen lassen und gerne das einfach fühlen, was dahinter liegt. Ein Freiheitsgefühl oder ein Vertrauen, Sicherheit in Anführungszeichen. Es gibt aber dennoch auch Blockaden. Und dann ist es der Wunsch für die Familie, ein schönes Zuhause zu bekommen. Da, man lässt es auch los, aber man merkt, irgendwas blockiert. Und dann da auch nochmal mit dem, wie machst du das dann mit den Teilnehmern, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ich spüre eigentlich, das würde funktionieren, aber es schießen irgendwelche alten Denkmuster von der Familie, Enteignung zum Beispiel rein, dass man Angst hat, dass wenn man mal bis jetzt hat, dass es einem genommen wird. Das sind ja auch epigenetische Muster oder was auch immer. Kann ich da auch mit dem Bewusstseinswelt wirklich fragen, sage ich, ich wünsche mir das, ich im besten Sinne für alle und wo blockiert es noch? Absolut. Das kann man absolut machen, weil das auf dem persönlichen Weg liegt. Man kann nahezu alle Sachen fagen und auch ganz viele davon erfahren, die mich persönlich betreffen. Und sowas geht wunderbar, weil es auch wieder so viele Ursachen haben kann. Wie du schon sagst, das kann übernommen sein von den Großeltern, denen mal was weggenommen wurde, Kriegsgeschichten, die weiterleben. Das kann aus einem früheren Leben kommen. Das kann übernommen sein aus der Familie, Verbote. Ich darf nicht so viel haben. Also ich hatte auch so ein kleines Thema damit, wirklich ein großes Haus zu haben. Also groß, größer als 120 Quadratmeter, einfach aber für eine sechsköpfige Familie. Und dann habe ich schon auch gemerkt, ja, weil das gab es so in unserer Familie nicht. Auch vom Dorf und jeder hatte ein Haus. Aber trotzdem ist das dann anders. Also darf man da reingucken und das geht mit dem Feld auch. Was blockiert mich denn wirklich? Was ist die Ursache? Und die kann so weit verbreitet sein, dass es wenig Sinn macht, sich auszudenken, was es sein könnte oder was das Naheliegendste ist, sondern diese höhere Instanz zu fragen. Und dann kommt man da auch sehr weit und sehr schnell vorwärts. Wie lange brauche ich jetzt, um mit dem Bewusstseinsfeld so arbeiten zu können, dass ich wirklich direkt die Antworten bekomme? Also bei uns im Workshop zwei Stunden. Also es geht, weil die Energie mittlerweile in den Kursen auch so hoch ist. Früher war das so, ich habe angefangen 2013, da hat das mit dem Lesen auch schon sehr gut funktioniert. Da musste man sich aber doch noch ein bisschen mehr hinarbeiten, ein bisschen. Heute kommen die Leute und wirklich in der allerersten Übung, in der allerersten Lesung, die wir machen, lesen die schon so wie damals am Ende des Kurses, nach vier, fünf Tagen. Also das geht extrem schnell. Und der ein oder andere muss noch ein kleines bisschen üben. Also gerade, wenn man sich noch energetisch sehr zurückhaltend ist. Wenn man jemand ist, der sich auch nicht so viel traut, zweifelt, dann braucht es mal die ein oder andere Lesung. Aber es geht wirklich von der ersten Minute an. Und in den letzten Kursen kann ich mich jetzt überhaupt nicht daran erinnern, dass es jemanden gab, der nicht lesen konnte. Da gab es ja immer mal den einen oder anderen so. Mal von 100 gab es einen. Ich kann mich jetzt wirklich schon längere Zeit an keinen mehr erinnern. Die Energie der Zeit ist einfach unglaublich. Mega. Es ist beeindruckend. Ja, ist ja auch cool, wenn es dann so schnell funktioniert. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte das ausprobieren, wo kann er sich ein bisschen informieren oder mal reinlesen oder das Angebot ziehen? Also auf meiner Website das-bewusstseinsfeld.de auf YouTube. Wir haben schon einige Sachen besprochen. Da kriegt man auch so ein Gefühl dafür. Das Bewusstseinsfeld ist ja an sich ein Teil von uns selbst. Und wir fangen an, diesen Teil zu fragen. Und ich habe das in der letzten Zeit, in den letzten Jahren auch so intensiv für mich angewendet, dass ich bin ja hier im Bewusstseinsfeld. Es ist ja grundsätzlich keine Trennung. Nur für die Teilnehmer teilweise ist es noch eine gefühlte Trennung. Und die überwinden wir einfach einmal. Das heißt, man kann teilweise schon das Bewusstseinsfeld manchmal sehen. Oder regelmäßig auch an den Antworten, die ich gebe. Du fragst mich manchmal Sachen, über die habe ich so auch noch nicht nachgedacht. Auch wenn wir manchmal so, wir besprechen die Themen ja ein bisschen. Aber Dinge, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und die kommen dann einfach aus dem Feld. Da kommen die Bilder, kommen die Antworten. Und das ist schön. Das macht es für mich auch einfach. Ja, ich bereite mich ja auch nie vor. Ich verbinde mich ja auch. Sonst müsste man hier nervös sein. Oh Gott, wo kommen die ganzen Antworten? Wo sollen die herkommen? Manchmal denke ich schon, ah, nächste Frage. Ja, hallo. Aber dann im Moment. Irgendwann kommt es dann schon. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Und bis bald. Ich freue mich immer, wenn du da bist. Danke dir. Ich mich auch. Dankeschön, Corina. Liebe Zuschauer, ja, jetzt sind wir auf jeden Fall mal ein Stückchen schlauer, wenn wir unser nächstes vielleicht Eigentum oder Auto oder was auch immer wir uns im Leben wünschen, manifestieren können und wie es einfach auch geht, mit dem Bewusstseinsfeld abzufragen, ob das wirklich zu unserem höchsten Wohle ist. Und ich hoffe, Sie hatten auch Freude daran, zuzuschauen. Und bis bald. Tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017